Karneval in Sachsen-Anhalt, komprimiert in den Nachrichten, dem Narrenrundblick für das Bundesland. Gemeinsam mit Dirk Vater, dem Präsidenten des Karneval-Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Und Stefan B. Westphalen, dem Nicht-Präsidenten. Wir werfen zweimal wöchentlich einen närrischen Blick auf das schönste Bundesland. Wir unterhalten uns über silberne Prinzenpaare, über doppelte Männerballette und über umgedrehte Kappen. Genau. Jeweils Montag und Donnerstag, 11.11 Uhr, vom 11. Januar bis zum Samstag des Donnerstags vor Aschermittwoch. Das war falsch. Das war falsch. Also vom 11. Januar bis zum Donnerstag vor dem Samstag nach Aschermittwoch. Wer es verstanden hat, nickt. Wer es verstanden hat, nickt.